Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Naja, der ist zu weit. Was für eine Chance! Der Ausgleich, jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim, das ist eine richtig interessante Partie. Gute Chance für eine Flanke. Das könnte die Führung geben. Die Führung also jetzt und das haben sie sich wirklich verdient. Sehe ich auch so. Sind hier Klang? Schönes Zuspiel hier. Wie bitter. Der Ball geht ins eigene Tor. Timothee Buea. Da kommt der Pass. Das ist die verdiente Führung. Die bessere Mannschaft macht das Tor. Gefährlich! Klasse aufgepasst vom Torhahn. Sie können hier jetzt den Deckel drauf machen bei dieser Ecke. Das ist die Führung, 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 die Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020